Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe des Tipps der Woche mit einem Tag Verspätung aufgrund technischer Probleme, die wir gestern hatten. Macht aber nix, gibt es halt einen Tag später die Empfehlung und die lautet heute auf Beiersdorf. Beiersdorf an sich eine ganz langweilige Aktie, aber das ist im Moment gerade gefragt in dem Markt, wo man vielleicht befürchten uns, dass der etwas durchschnauft. Eine Beiersdorf-Aktie, die ist wirklich ein Phänomen. Kein wahnsinniger Highflyer, aber immer wieder immer weiter nach oben und jetzt mittlerweile sind wir auf Rekordniveau. Und Sie wissen, solche neuen Allzeithochs, die führen oft dazu, dass die Aktien weiterlaufen, möglicherweise sogar etwas schneller als zuvor. Und deswegen haben wir uns hier für einen Call-Options-Schein entschieden. Und der hat es durchaus in sich. Die MB7LSS ist die WKN für diesen Call, der die Basis bei 135 hat, mit Laufzeit Juni. Also da verlangen wir schon etwas von Beiersdorf. Entsprechend hoch ist auch das Omega, das dem Hebel bei Turbooptions-Schein entspricht, von 10,1. Also richtig eine sportliche Sache. Aktuell 56 Cent. Stoppkurs, den platzieren wir bei 45 Cent. In der vergangenen Woche hatten wir Ihnen ein Produkt auf Jungheinrich empfohlen, auf den Gabelstabler Hersteller. Und der hat sich durchaus positiv entwickelt, wie wir hier sehen. Wir waren schon höher, knapp bei 29 Euro. Es fehlt nicht mehr viel und wir laufen die 30 Euro Marke an. Und dann, das ist das Ziel, der Bereich hier um 200-Tager-Linie und dann das Hoch bei knapp 32 Euro. Wir hatten Ihnen einen Schein empfohlen, einen Turbooptions-Schein, die HD0 DU1, von 9,11 auf 9,80 knapp gestiegen. Man kann den Stoppkurs etwas nachziehen, muss jetzt aber nicht zwingend sein. Auf jeden Fall sollte man denn das Produkt laufen lassen. Da ist schon noch einiges drin für die Jungheinrich-Vorzüge. Das war es schon wieder von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den Empfehlungen. Und ja, in einer Woche, Montag normalerweise, gibt es dann den nächsten Tipp der Woche. Bis dahin, alles Gute.